Deine Präsentationen und deine Vorträge sind vielleicht auch für dich ein besonders wichtiges Mittel, um dich persönlich im Beruf, im Business zu positionieren und um deine Ziele zu erreichen. Willkommen in der ersten von drei Episoden zum Thema. Heute hörst du einen Leitfaden für den gelungenen Einstieg in deine Vorträge. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es ist mir eine Freude, heute diesen Vortrag zu hören. Lieber Arno, wir wollen uns heute widmen dem Thema der gute Einstieg. Es geht darum, insbesondere in den ersten paar Minuten entscheidet sich der Zuhörende, die Zuhörenden, ob ich hier überhaupt zuhören möchte, der du da auf der Bühne stehst und mir jetzt irgendwas erzählen möchte. Diese Entscheidung wird subbewusst getroffen und da passiert ganz, ganz viel in Bezug auf Stimme, in Bezug auf nonverbalen Veränderungen, die wir vornehmen können und die dann deine Wirkung, die Spannung, die Vorfreude, vielleicht sogar Neugier gegenüber wecken. Neugier, ganz wichtiger Begriff. Lieber Arno, grüß dich. Ja, grüß dich, Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, grüß dich. Also dieser Beginn einer Rede, dieser Beginn einer Präsentation, der hat besondere Kraft. Ich glaube, das ist jedem von uns bewusst. Es ist so interessant, also mich hat ein Kunde angesprochen aus der Lebensmittelbranche, der in Kürze einen Vortrag vor 800 Zuhörern halten wird. Es geht um Einzelhandel, um Lebensmittel, um Qualität und er sagt im Grunde, er tut das öfter, er ist im Grunde fit im Vortrag, die Folien sind fertig, im Grunde weiß er, worüber er spricht. Aber er will sich mit mir doch einfach noch einmal, um sich selbst sicherer zu machen, den Beginn seines Vortrags genauer anschauen. Nur den Beginn. Und ich habe das ganz interessant gefunden, weil das zeigt, dass der gute Mann wirklich sich selbst reflektiert und das nicht zum ersten Mal tut und ganz genau weiß, wie entscheidend der erste Eindruck ist, der sprichwörtliche erste Eindruck ist. Und wenn wir jetzt so drüber sprechen, dann klingt es ja so, als würde er sich wünschen, dass ich mit ihm die ersten Worte bespreche. Okay. Ja, und vielleicht, wenn du jetzt zuhörst, schmunzelst du auch schon, denn im Grunde der Auftritt beginnt viel früher. Und so würde ich auch sagen, wenn wir jetzt miteinander sprechen, Andreas, dass wir uns mal anschauen, wo ist denn der Beginn eigentlich eines Vortrags? Wann startet dein Vortrag? Ja, genau genommen. Was sind die wichtigen ersten Schritte noch, bevor du den ersten Satz aussprichst? Bevor du zusprechen willst. Und auch, in welchem Setting natürlich, in welchem Setting wirst du vorher angekündigt? Gibt es jemanden, der dich vorstellt und ähnliches? Ist es die erste Rede eines Tages oder vielleicht die letzte Rede eines Tages oder gleich nach dem Mittagessen? Also auch solche Dinge können ja tatsächlich die Aufmerksamkeit des Publikums verändern, natürlich. Ja, massiv. Und gerade das berühmte Mittagskoma, das dann so am Nachmittag eintritt, das Suppenkoma heißt, glaube ich, das hat wahrscheinlich auch eine Wirkung. Da muss man die Leute ganz anders engagieren, als wäre es jetzt vielleicht gleich frühmorgens oder wie auch immer. Überhaupt keine Frage. Und das macht ja inhaltlich einen großen Unterschied. Also speziell für den Einstieg in so einen Vortrag. Ich habe in Kürze einen Online-Vortrag gebucht für ein international agierendes Unternehmen. Geht es um Vertrieb, um Außendienst, um Stimme, Sprache im Außendienst, um die Feinleiten. Also du sprichst. Ich spreche. Weil du gesagt hast, ich habe gebucht. Ich wurde gebucht. Wurde gebucht. Der Termin ist eingebucht. Und der erste Zeitpunkt, der festgelegt war, war nach der Mittagspause. Also die haben eine Tagung, die geht den ganzen Tag. Und nach der Mittagspause war ich ursprünglich eingeplant. Und eine Woche nach dem ersten Briefing kam dann der Anruf, Herr Fischbacher, wäre es denn auch denkbar, dass Sie um 9.30 Uhr nach dem Opener starten? Da haben wir gesagt, ja, ist möglich. Normalerweise kostet es extra. Ja, 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 gut, gut. Aber natürlich mache ich. Aber klar war mir auch, dass mein nächster Gedanke dann ist, wie gestalte ich den Einstieg in diesen Vortrag, also in diesen Impuls-Workshop. Es wird sehr interaktiv sein. Wie gestalte ich das anders? Denn nach der Mittagspause liegt es nahe, gerade bei meinem Thema, dann die Themen, Suppenkomma, wie du sagst, also einfach aufzugreifen. Und so Praxissituationen, wenn der Außendienst ins Spital kommt, den Arzt vor sich hat und alles ist hektisch und alles ist nach dem Mittagessen. Und auch der Vertriebler kommt vielleicht aus der Mittagspause. Wie starte ich dort? Macht einen großen Unterschied. Aber gehen wir zurück zu meinem Kunden, der sich um den Einstieg seines Vortrags bemüht. Womit beginnt eigentlich die Vorbereitung? Also nehmen wir mal an, der Vortrag ist gesetzt, es ist eine erprobte Geschichte, ein Vortrag, den er schon öfter gehalten hat. Die mentale Vorbereitung, würde ich sagen, ist ein Aspekt, also sich mit den ganz konkreten Zuhörern auseinanderzusetzen. Das würde jetzt für die Vortragssituation selbst bedeuten, nicht fünf Minuten vorher hinzugehen und dann die Tür aufzumachen und dann sich das erste Mal mit dem Publikum zu konfrontieren, sondern am besten sich schon mal um das Volk zu mischen. Also einfach mal in der Pause davor Gespräche zu führen, einfach mal abzuklopfen, was sind gerade die aktuellen Themen, über die diskutiert werden, was sind aktuelle Problematiken, worüber wird in der Pause gesprochen, um das gegebenenfalls aufgreifen zu können, aber um sich auch von vornherein eine mentale Brücke zu gestalten und immer für sich selbst klarzumachen, um was geht es in dem Vortrag. Geht es darum, dass ich etwas sage? Geht es darum, dass ich informiere? Dass ich Input gebe? Oder geht es darum, die Gedanken der Zuhörer aufzugreifen und auf das gewissermaßen zu reagieren, indem ich dann von der Bühne ausspreche? Also insofern ist der Kontakt mit Menschen davor für mich. Es ist immer ein bisschen aufregend, weil da hat man jetzt wirklich die Menschen vor sich, mit denen sprichst du jetzt, zu denen du dann von der Bühne redest, aber gleichzeitig hast du dann auch limbisch gesehen sozusagen für dein Säugetiergehirn auch schon mal Kontakt geschlossen, ganz menschlichen Kontakt, Handshake sozusagen. Online schwieriger? Online geht offline einfacher? Das geht offline eindeutig einfacher, das ist keine Frage. Aber online heißt es, sich vielleicht auch das eine oder andere Gesicht auf LinkedIn zu holen oder sich einfach die Menschen zu vergegenwärtigen, Menschen aus Fleisch und Blut, also nicht Bildschirmoberfläche, sondern Menschen mit Anliegen, mit Bedenken, mit Sorgen, mit Wünschen, mit Hoffnungen, also mit all dem, worauf du dann beim Sprechen reagieren kannst. Würdest du das dann auch mit einbinden? Also ich habe ja erlebt in unterschiedlichen Kongressen, wo ich auch immer mal wieder Teilnehmer war, dass mir am besten die Rednerinnen und Redner gefallen haben, die tatsächlich auch die zum Beispiel vorangegangenen Redner mit einbeziehen, die dann sagen, wie Herr vorher schon besprochen hat, es geht ja darum. Oder die Diskussion hat vorher schon angesprochen. Oder geht dann auf die Bühne und sagt, in der Pause zuerst habe ich mich unterhalten und webt diese spontanen Geschichten mit ein. Und es wirkt unglaublich souverän, weil man merkt, das kann er sich gar nicht daheim vorbereitet haben. Der reagiert einfach aus der Situation heraus. Und da wird er auch so manches Ähm und Ähnliches gerne verziehen, wenn du im Hier und Jetzt anlangst und tatsächlich die Situation aufgreifst. Und nicht nur, weil dann könnte man ja einfach auf Playback drücken und dir zuhören. Also wenn es dann derselbe Vortrag ist, den du jedes Mal hältst und auf Wort für Wort genau. Solche gibt es auch, wie wir wissen. Also es gibt auch die Vortragsredner, die sich einfach das Auswendige lernen und dann runterradeln. Und dann abspielen. Aber im Grunde, dann könntest du dir auch, sagen wir, einen technischen Avatar buchen. Exakt. Also quasi die DVD einlegen. Ja. Früher hat man DVD gesagt, heute sagen wir Avatar. Genau. Das ist der 3D-Avatar, der ein vorprogrammiertes Programm abspult. Völlig richtig. Und auch der wäre heute wahrscheinlich dazu in der Lage, spontan zu reagieren. Genau. Ich meine, in dem, was du hier sagst, liegt ja noch eine ganz, ganz große Kraft. Nehmen wir noch mal das Negativbeispiel. Wenn du jetzt jemanden hast, der etwas vorher Eingeübtes abspult. Woran merkt man es eigentlich? Wortmelodie. Wortmelodie. Es ist der Ton. Geschwindigkeit. Es ist der Ton, die Geschwindigkeit. Das heißt, es ist sowas wie die vierte Wand, hat man im Theater gesagt. Das heißt, du sprichst, egal ob jemand zuhört oder nicht. Und das verändert den Ton, das verändert die Stimme, das verändert den Stimmklang. Und vor allem eines jener vier Kernattribute der Stimme, also eine der vier Kernaussagen deiner Stimme, werden dann immer verraten, dass du im Moment nicht im persönlichen Kontakt mit deinen Zuhörern bist. Also dass du nicht empathisch in Kontakt gehst während des Sprechens. Was noch dazu kommt, ist meiner Erfahrung noch, und ich glaube, du hast das auch schon irgendwann erwähnt gehabt, dass du, wenn du auf der Bühne stehst, häufig ja auch mit Scheinwerfern konfrontiert bist. Das heißt, du siehst vielleicht dein Publikum gar nicht. Du siehst nur eine schwarze Wand, weil die Scheinwerfer dir entgegenleuchten. Also dann ist es vielleicht noch schwieriger, weil wenn man wenigstens die Menschen sieht, dann kann man so vielleicht ein bisschen drüber schweifen und versuchen, auch Augenkontakt herzustellen. Allerdings ist es eben, wenn du angestrahlt wirst, wie du es auch im Theater häufig wahrscheinlich erlebt hast, praktisch unmöglich, überhaupt irgendeine Person festzustellen, beziehungsweise sie in Kontakt herzustellen. Also zumindest visuell. Zumindest visuell. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Da passt eine meiner ganz besonders wichtigen Empfehlungen dazu. Wenn es eine Live-Vortragssituation ist, eine Live-Präsentation, durchaus auch mal mit einem größeren Publikum, dann wäre es fatal, wenn du bei deinem Auftritt zum ersten Mal diese Bühne betrittst. Also darum empfehle ich grundsätzlich, lebe dich ein in die Situation, indem du zumindest einmal diesen Raum betrittst. Zumindest, und sei es in der Kaffeepause, während das Publikum irgendwie im Foyer ist und gerade Kaffee trinkt und tratscht. Geh auf die Bühne, geh diesen Weg ab. Stell dich in die Mitte hin und sag ein, zwei Worte. Das heißt, nimm diesen Raum für dich in Beschlag, sodass du, wenn du auf die Bühne, wenn du in der Vortragssituation die Bühne betrittst, nach vorne trittst, dass du diesen Raum als dein Wohnzimmer, also als deinen Raum definierst, emotional. Dass du also nicht in einen fremden Raum trittst, in dem du nicht zu Hause bist, in dem du eingeladen bist, sondern umgekehrt, wenn du auf der Bühne stehst, du freust dich, dass die Zuhörer in dein Wohnzimmer gerade gekommen sind, um deinen Input zu hören. Also von großen Rednern, also aus dem englischsprachigen Raum, habe ich häufig eben die Aussage gehört, Own the Room. Own the Room. Vielleicht ist das, was du meinst. Das ist das, was du meinst. Ja, ganz genau. Also das ist im Grunde... Mach ihn zu deinem. Mach den Raum zu deinem Wohnzimmer, also zu deinem Wohlfühlraum, in dem du dann die Zuhörer einlädst, mit dabei zu sein. Dein Raum. Und dieses Wohlgefühl, das aus dem entstehen kann, das überträgt sich unmittelbar. Unmittelbar, und das wird auch deine Art und Weise, deine Körpersprache, den Klang deiner Stimme, die Modulation, also einfach dein ganzes Verhalten beeinflussen, Raum erkunden und nicht das erste Mal beim Vortrag auf die Bühne gehen. Genau. Also nehmen wir mal an, mein Kunde weiß schon, dass es lohnt, sich ein bisschen aufzuwärmen. Und dann dieses werde ich ihm keinesfalls ersparen in der Zusammenarbeit. Ich werde mit ihm so eine kleine Sequenz erarbeiten, die er kurz vor seinem Vortrag nochmal durchexerziert, ein paar Warming-Ups, Schulterspannungen lösen, ein paar Grimassen, ein paar Basic-Stimmübungen, also ohne großen Aufwand. Und dann werde ich mit ihm anschauen, wie betritt er den Raum? Körpersprache, oder? Körpersprache, ganz genau. Also wie gestaltest du diesen Moment? Und ich denke, hier gibt es einen mentalen Shift, den ich als unfassbar wirkungsvoll erlebe. Ich sehe sehr oft Leute auftreten und selbst, weißt du, selbst wenn es nur ein kleiner Raum ist, wenn es ein Meeting ist, wenn du aufstehst und nach vorne gehst. Du siehst jetzt vor dem geistigen Auge quasi eine Führungskraft aufstehen. In Gedanken ist der schon bei dem, was er sagen will. Das heißt, er ist nicht im Hier und Jetzt. Dann tritt er nach vorne und ohne Kontaktaufnahme zur Gruppe beginnt er oder sie zu sprechen. Das ist das übliche Prozedere. Und dadurch entsteht keine persönliche Präsenz, kein Dasein im Hier und Jetzt, also auch keine Aufmerksamkeit. Und dadurch ist der Beginn der Präsentation in der Regel verschenkt, denn die ist immer aus der Sache heraus gesprochen und nicht in den Dialog und geht nicht in den Dialog. Darum ist meine Empfehlung, sei dir deiner Körperlichkeit, also hol dir deine Körperwahrnehmung, geh diese Schritte hin zu dem Punkt, an dem du dann stehen wirst, wenn du sprichst. Geh diesen Weg sehr bewusst. Es ist situationsabhängig, ob du das etwas zögerlicher tust, bewusst und langsam, ob du es mal mit Dynamik machst. Tu es bewusst und sei dir vor allem bewusst, dass dein Publikum in diesen Sekunden noch nicht bereit ist, dein erstes Wort zu hören. Es ist so ein Paradox. Im Grunde, du bist angekündigt, alle blicken nach vorne. Also im Grunde schaut es so aus, als müsstest du jetzt möglichst rasch zu sprechen beginnen. Wahr hingegen ist, dass die Menschen in diesen Sekunden auf dein erstes Wort noch nicht wirklich aufmerksam sind. Und jetzt gilt es, einen Präsenzmoment zu gestalten. Ob du bewusst und etwas langsamer präsent die Bühne betreten hast oder ob du dynamisch in die Mitte gehst. In dem Moment, in dem du den Punkt erreicht hast, reduziere deine innere Geschwindigkeit und komme an diesem Punkt ganz bewusst an. Körpersprachlich gesehen, du gehst in deinen Standpunkt, du spürst dich für einen kurzen Moment selbst. Also das heißt, du bist, sei für einen kurzen Moment ganz bei dir, spür deine Fußsohlen. Du wirst merken, die Wirbelsäule richtet sich auf. Du bist ganz bei dir. Das ist der Moment, wo der magische Sog der Aufmerksamkeit deines Publikums langsam entsteht. Und je nachdem, was vorher war, wenn jetzt vorher eine Pause war und du trittst auf ohne Ankündigung, dann wird das fünf, sechs Sekunden dauern, bis du diesen Sog nicht nur spürst, sondern hörst. Da wird es nämlich leise. Und das ist erlebbar. Du hast zuerst gesagt, Scheinwerfer, die blenden, man sieht oft nichts. Also ich kenne es aus dem Theater, aber auch manchmal in der Vortragssituation ist es so, wenn der Raum abgedunkelt ist und die Bühne hell beleuchtet ist, dann sieht man kaum die erste Reihe. Also dann ahnst du dein Publikum, aber du hörst den Raum. Und raumorientiert, also quasi auf den Nachhall orientiert sprechen, heißt ja ohnehin, dass du die Ohren spitzt und dein Publikum nicht nur sehen willst, was ja manchmal nicht geht, sondern dass du den Raum akustisch wahrnimmst. Und jetzt hast du einen Präsentmoment gestaltet. Und jetzt erst schaust du da mal hin, also du nimmst jetzt Kontakt auf und reagierst auf die Erwartung deines Publikums mit dem ersten Wort. Und jetzt erst sind wir beim Sprechen. Ja, eigentlich so simpel, ist es doch nicht. Eigentlich so simpel und ist es doch nicht. Die Frage, die jetzt vielleicht viele umtreibt, was wäre so ein Fallbeispiel? Hast du tatsächlich einen Einstieg, den du einmal für einen Kunden entwickelt hast oder für dich selbst? Gibt es da irgendeinen Fahrplan, den du empfehlen würdest? Ja, im Grunde sehr individuell. Aus meinem, so sagen wir, mir ist im Coaching wichtig, wenn es jetzt darum geht, an einem Vortrag zu arbeiten, dann ist immer die Frage, naja, bereitet man jetzt mit dem Kunden diesen einen Vortrag vor? Oder, und so sehe ich meine Rolle als Coach, oder aber gebe ich meinem Kunden, meiner Kundin im Grunde ein Verständnis mit, wie er oder sie auch im nächsten Fall, ohne den Coach zu konsultieren, eine Struktur zur Verfügung hat, innerhalb derer du dann durch dein eigenes Verständnis angepasst an die Situation den Einstieg gestalten kannst. Und insofern strukturell gesehen sehe ich zwei Möglichkeiten oder vielleicht zwei oder drei Möglichkeiten. Die am einfachsten wiederverwendbare Struktur zum Einstieg ist deine Suggestion. Also alle Floskeln weglassen, die Begrüßung, das lassen wir alles weg, tu es weg. Andreas, ich greife auf das zurück, was du zuerst erwähnt hast. Das wäre jetzt die Storytelling-Variante. Lass uns mit dem starten. Storytelling ist so ein großer Begriff, du weißt, da werden Bücher geschrieben aus dem Marketing, das ist das Passwort des Jahrhunderts im Marketing. Ja, ja, Metaphern-Arbeit, Storytelling. Und dann musst du zuerst mal alles mit Disney abgearbeitet haben und mit den Blockbustern und du musst, ich weiß nicht, die Pixar-Strategie und die Heldenreise musst du inhaliert haben und so weiter. Ich sage mal, denk dir es mal ganz simpel und einfach. Und du gehst auf die Bühne und sagst, gerade in der Pause spreche ich mit dem Kollegen so und so. Er sagt, gestern hat es überhaupt nicht funktioniert und dies und jenes ist passiert. Pause. Was genau, meine Damen und Herren, können Sie tun oder was können wir gemeinsam entwickeln, damit in Zukunft dieses und jenes besser wird? Wenn du so einen Einstieg gestaltest, dann hast du mit einem ganz, ganz kurzen Story-Element, also mit dem Aufgreifen eines erlebten Geschehens und dafür brauchst du keine Heldenreise, sondern das ist nur so ein ganz kurzes, so ein Blitzlicht sozusagen in eine kleine Begebenheit. Damit hast du eine Brücke geschaffen. Achte darauf, Story heißt immer erzählen in der Gegenwartsform grammatikalisch. Also du sagst nicht, vorhin hörte ich jemanden sprechen oder vorhin ging ich in der Pause auf einen Kaffee, sondern du sagst, gerade in der Pause stehe ich am Kaffeeautomaten. Also du erzählst das Geschehen in der Gegenwartsform. Du führst aber diese Geschichte nicht zu Ende. Das heißt, du erzählst nicht eine komplette Geschichte, weil dann ist die Spannung draußen, sondern du reißt ein Geschehen auf und dann beginnst du mit einer Rahmenfrage. Und dann stellst du die erste Frage einer Fragekette in den Raum und wartest auf gedachte Antwort und dann beginnst du mit deinem Input. Das ist eine Möglichkeit, zum Beispiel das aktuelle Geschehen aufzugreifen. Du könntest natürlich sogar je nach Kontext oder je nach Gruppengröße auch tatsächlich in Interaktion gehen. Ja, natürlich. Also wirklich die Frage auch beantworten lassen. Was glauben Sie, wie sich die, keine Ahnung, die Fotoindustrie in den letzten 20 Jahren vergrößert hat? Sagen Sie eine Zahl. 20 Prozent, das Wachstum 30, 40 so. Dann wärst du direkt im, genau. Das ist eine Stilfrage und das kommt sehr darauf an, wie du es gestalten willst. Ganz genau. Und eher förmlich oder eher, ich wäre von der Bühne eher mit Siezen, aber es kommt natürlich am Kontext drauf. Es kommt absolut auf den Kontext an. Auf den Firmenkontext würde ich dann schon... Auf den Veranstalter, auf die Situation und auf die Vereinbarung, die getroffen ist. Aber das gilt es im Vorfeld zu klären. Naja, gerade wenn du als Externer da bist, dann ist wahrscheinlich das Du eh nicht angebracht, oder? Ja, genau. Jetzt, weil das Stichwort Folie, ein kleiner Einschub, weil das Stichwort Folie wir erwähnt haben vorher. Betreutes Lesen, fällt mir dazu immer ein. Betreutes Lesen, ja. Also ich sage, achte einmal drauf, was sehen denn die Menschen, bevor du die Bühne betrittst? Was sehen sie? Was ist auf der Folie drauf? Am besten ist es irgendetwas, was entweder neugierig macht aufs andere oder einfach ein Bild zeigt. Je förmlicher die Folie daherkommt, dann ist der erste Eindruck, den deine Zuhörer haben, ja bereits mehr oder weniger versemmelt. So eine PowerPoint-Startfolie. Dieser Vortrag handelt von... Genau, dann ist es nicht spannend. Dann ist klar, wie es jetzt gleich sein wird. Es wird eine Vorlesung von Fakten sein. Also quasi man wird beliefert mit Input. Das Gedächtnis wird schon mal vorab beansprucht. Kein wirklich zielführender allererster Eindruck. Eine mögliche Alternative ist, dass du mit der ersten Aussage in der Folie, also woraus die immer besteht, ein bisschen zuwartest und zuerst eine Frage ans Publikum richtest. Und dann erst auf den Knopf am Klicker drückst, sodass dann du hast... Also ich frage dich als Publikum, ich frage dich jetzt, was genau sind denn im Alltag die Kleinigkeiten, die deinem Gehirn erlauben, immer wieder anzuspringen und Neues zu entwickeln? Jetzt hältst du eine Sekunde Pause, dann klickst du die nächste Folie rein und auf der Folie siehst du jetzt ein Feuerwerk von neuronalen Verbindungen und dort blitzt gerade der Gedankenblitz ist auf der Folie zu sehen. Und jetzt kannst du das, was die Zuhörer auf der Folie sehen, wieder zum Anlass nehmen, um darüber zu sprechen. Dann hast du eine Interaktion geschaffen und die Folie als Element des Dialogs mit dem Publikum genutzt. Ja, das ist ein völlig anderer Zugang, ein völlig anderer Zugang. Und im Prinzip, das bewirkt dann auch, dass die Leute dann sich auf den Rest des Vortrags freuen. Und das wäre ja die Idee, dass da Neugierde entsteht, dass die Leute sagen, wow, das ist anders, das ist innovativ, der hat einen guten Vibe, um es jetzt in der Sprache auszudrücken. Und ich glaube, da sind wir aber schon wieder bei der Wirkung der Stimme, dass es schon auch in der Modularität und auch in der Sprechgeschwindigkeit und schon auch in der Energetik, also dass wenn jemand halt dann so spricht und so, dass das schon eine andere Wirkung hat, dass wenn jemand da wirklich energetisch auf der Bühne ist und sagt, herzlich willkommen, ja, heute geht's los, wir sprechen so. Das ist ja auch die Neugier, hast du gesagt. Also wir wollen ja, dass das Publikum neugierig ist auf das, was kommt. Aber wenn in dir keine Neugier ist, wie das Publikum reagiert auf das, was du gleich sagst, dann ist... Also die Lebensenergie, die in dir ist, wie wächst du die? Indem du dich selbst neugierig machst auf die Reaktionen deines Publikums. Und warum soll das Publikum reagieren? Ja, weil du ihm Futter gibst zum Reagieren. Also wenn du so etwas aus dem Alltag heraus greifst, dann sagen die, aha, was ist los? Also dann hörst du und siehst du die Reaktionen, diese Bewegtheit im Publikum und auf das kannst du wieder deine Neugier fokussieren, indem du dann neugierig hinschaust und dann eine kluge, zugespitzte Frage stellst. Der neugierweckende Einstieg, lieber Arno, das war unser erster Teil einer dreiteiligen Serie. Wir werden uns in den nächsten beiden Episoden befassen, eben mit dem Mittelteil. Also wie kann ich die Präsentation so strukturieren? Wie kann die vielleicht mit Humor angefüttert werden? Aber und überzeugend wirken. Und am Ende, in der dritten Episode, werden wir uns dann damit befassen, worauf es denn gilt zu achten bei einem guten Abschluss, beziehungsweise was vielleicht die größten Fehler sind, die man nicht unbedingt machen sollte. Ich möchte dir gerne, der du jetzt noch zuhörst, Danke sagen dafür und bitte gerne um eine Bewertung deinerseits, entweder auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Fünf Sterne am allerliebsten, denn diese Bewertungen führen eben dazu, dass mehr Menschen von uns erfahren, dass mehr Menschen dann gerne vielleicht auch zuhören werden. Und das geht nur, indem du ihnen diese Information weitergibst. Danke dir. Ja, so ist es. Also wenn du gerade genickt hast und dir gedacht hast, naja, das eine oder andere könnte ich doch bei meiner nächsten kleinen oder größeren Präsentation, nächsten kleinen oder größeren Redeanlass nutzen, dann sage ich viel Spaß, viel Neugier auf den Effekt und vor allem möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.